Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir spielen wieder GTA 5 Custom Maps zusammen mit dem Astix. Hallo. Und wir haben den Rocket Voltic am Start bei einem harten Parcours. Mal gespannt, ob der wirklich so hart wird oder ob der eher so lala wird. Schauen wir mal. Und wir haben den Mr. Atomic am Start scheinbar. Der hat auf jeden Fall Moin geschrieben. Wo ist denn der? Glaubt euch nichts zu. Aber wie kann der dann schreiben? Normal können die doch nicht schreiben. Ich glaube es geht inzwischen. Echt? Nein. Ja. Hast den Punkt nicht gekriegt? Ich auch nicht. Si, bist du jetzt Spanier hier? Ne, Loser. Warum Loser? Weil Deko sagt doch auch immer sie zum Beispiel. Ist der Spanier? Ne. Bist du sicher? Ja. Außer ich bin noch ein Kontinent. Deutschland. Mainz? Ja. Wie sicher bist du dir? Zu hoch. Ja, ich bin auch zu hoch. Hat die Danke gestiegen. Ja. 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 Okay. Ja, ja, ja. Da hab ich noch. Bitte, 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 bitte. Ja, ich hab den Punkt. Dann laber doch kein. Fallschirm FTB. Ach, dein Ernst? Ich hab keinen Fallschirm. Ja, weil wir gleich verbraucht haben. Ich hab jetzt auch keinen mehr. Ach, du hast den doch vollem verbraucht, Lotte. Nein. Er nutzt den Fallschirm für sowas Einfaches, weißt du? Was für Beifütterprobleme, ich bin noch drinnen. Ja, jetzt gerade. Ich erinnere da nur an... Dafür konnte ich nicht. Ja, ich fliege echt drüber. Samstag? Nein, aussteigen. Auszeichnen, letzte Sekunde. Oh, steig doch eher aus. Ich schaff das nicht, ne? Bleib drauf, ja, 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 ja. Ich hab den nächsten Punkt. Also nächsten Punkt. Ich bin mit dem Auto ganz normal gesprungen. Hastig cheatet in die Kommentare, meine Freunde. Schreibt dem eh keiner. Wenn ich das selbst schreibe. So richtig forever allow mäßig. Hast du zehnmal in den Kommentaren? Aber dann vielleicht selber. Ey, kann ich den Punkt jetzt vielleicht mal kriegen? Das wär super. Kann nicht sein, dass Hastix hier in der Map gewinnt. Überhaupt den Ziel kommt, das ist das ja schon nicht. Tue ich auch nicht. Ja, noch nicht. Ja, das wird nix. Ich muss was trinken. Gönn dir richtig. Schöne Flasche Wodka auf Ex. Ne, Fähnchen weh. Fähnchen weh, Junge. Es gibt Leute, die übertreiben, weißt du? Und es gibt Leute, die übertreiben. Hastix ist einer von denen, die übertreiben richtet. Kann ich bitte droppen? Hallo? Mehr droppen! Ja, weil keiner geantwortet hat. Weil wir nicht mit ihm scheiten wollen, sondern halt das Spiel spielen wollen. Let's shot GTA. Jetzt mach ich da. Come on ey, ich muss es doch jetzt mal schaffen. Hast du den Spur über mich? Nein! Ich bin nur ein Jump weiteres und daher. Komm! Der ist richtig schwer gerade. Oh, wie knapp! Gib mir doch einfach den Punkt. Gibt's doch nicht. Ach, kann ich vielleicht links? Ne, das wird nicht gehen, oder? Ne, das geht nicht. Der sieht... Oh, zu niedrig! Die Richtung war perfekt. Ohne Witz. Ich hab noch nie so eine perfekte Richtung gesehen. Nein, nein, nein. Jetzt kann ich gerade keine Rakete zünden, oder was? Zu hoch. Zu hoch. Man muss ja... Das Problem ist, man muss genau reinfliegen, ne? Hm. Oder halt einen Fallschirm haben. Zu hoch. Entweder zu hoch oder zu niedrig, ne? Das gibt es nicht. Oh, diese Rampe ist so scheiße. Da sagst du was. Jetzt schreib mir jemanden aus meiner Tasse. Wo? Bei WhatsApp. Na und? Was haben wir für morgen für Hausaufgaben? Oh, das sieht gut aus. Ne, sieht nicht gut aus. Aufsteigen. Nein, 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 nein. Ich... Scheiße. Ich bin auf dem Dach geleitet, aber gestorben. Würde mich ja schon ein bisschen abfacken. Ja, du komm erst mal ran hier. Er hat große Klappe... Er ist mit dem Fallschirm gemacht, dann. Gibt's doch gar nicht. Klar. Klar, sagt er nach. Mr. Atomic, schau dir zu. Nice. Ich hab den Punkt. So. Jetzt komm ich richtig ran. Oh nein, das wär so gut gewesen. Oh, kann ich aussteigen? Nein, der fängt sich nicht. Der wird schon wieder irgendwie featen, weißt du? Würde ich nie tun. Du doch nicht. Ne. Ich hab vom Meister gelernt. Fuck drüber geflogen. Du bist schon da. Ich seh jetzt mal davon ab, auszusteigen. Warum auszusteigen? Und die Raketenwaffe rauszurücken. Ich bin... Ich bin... Hab den Punkt auch schon lange. Den, den du hast. Echt? Jetzt gerade eingesammelt. Ja, schon lange. Okay. Aber man muss das ja so verkaufen. Was machst du da? Ja. Ich weiß ja noch nicht, wo ich hin muss. Du musst dir die Rampe nehmen. Ach, da hinten auf das Hochhaus. Okay. Easy. Ja. Ja. Man muss also quasi nur so... Was machst du da? Hier unten ist da auch noch Rampe. Echt? Achso, ja, die Rampe wird jetzt spiel. Ja klar. Aber ich hab trotzdem gefragt, was du da machst. Wo ist denn die jetzt hin? Hier vorne. Du kommst doch von links nicht ran. Ich fahr ja auch von rechts gerade. Sorry. Nein, der buchst jetzt schon wieder zur Seite. Keine Ahnung, ich geh wieder scheiße raus. Fuck. Ganz knapp am Dach vorbei. Ich werde schon bis jetzt wieder... Ja, ist ich. Hoffentlich. Wir auch verdienen. Ne. Doch. Eigentlich schon. Nein, jetzt komm ich wieder zu weit links. Komm, fang dich. Dass der sich immer auf dem Rücken dreht. Bisschen zu weit links. Der nächste Versuch sitzt einmal links, einmal rechts. Weißt du? Naja. Und fabrizierst du da? Danke. Bitte. Ich dachte, ich kann mir das Gekrebsen nicht mehr angucken. Guck mal, wo ich lande. Ich bin, glaub ich, perfekt, oder? Ja. Ich bin noch extra hier drin, ne? Wenn ich mal direkt respawnen. Hm. Ich spiel auch jedes Mal. Wenn ich sowieso schon in die falsche Richtung mich drehe. Ja, wieder falsch. Kann ich direkt respawnen, oder? Nein, er steckt aus. Verfliegt der Herz. Ganz knapp nicht. Oh. Ich küsse die Hauskante. Ihh. Ja, ein bisschen widerlich ist es schon, ne? Passt schon. Komm jetzt aber. Nein. Oh, please. Dass der Typ so blöd ist, sich auf den Bauch zu drehen. Oh, please. Dass der Typ so dumm ist, ausm Auto so zu springen, dass der perfekt da drin ist. Ja. Was ist mit dem? Schämt er sich eigentlich? Ja, ich bin links vorbei. Oh, er hat's. Zu weit. Heih, Freunde, Freunde, Freunde. Da wird es zuerst hören. Warum ist das nicht? Das kann ich nur um Stunden Effektenbellen, ne? Ich teils nicht. Oh, oh. Er hat's. Nein! Nein! Zu weit nix! Die Höhe war perfekt! Ja, meine Höhe ist auch gerade perfekt. Komm schon, bitte, 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 ja, 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 ich hab ihn. Ich laber doch keinen. Doch. Perfekt. Der Lackert ist ja, dass das Award geht und hast dich. Der Lächter Sprung auch schon? Selbstmord, Junge. Nee, er hat aber den Punkt. Lächerlich. Was ist das hier, was ist das hier für ein Spawnpunkt, Alter? Man spawnt direkt auf der Rampe. Was ist denn, oh, in keinem Fall. Das heißt, du musst richtig spawnen. Okay, Leute, der kommt sich auf der Straße. Ich flieg jetzt nicht zu weit, oder? Oh, das ist doch perfekt eigentlich. Ich war sogar schon am nächsten Punkt. Da bin ich gelandet, am nächsten Punkt. Da bringt dir aber nix. Ja, hab ich auch mit mir. Danke fürs Erinnern, dass mir das nix bringt. Nein, ich hab mir gegen den Bus gefahren. Zu weit unten. Will spawn. Freunde, wenn du hast nichts führt, weiß man, hier geht verdammt was schief. Ja. Da ist der nächste Punkt, okay. Pfff, wohin geht der? Okay. Weißt du, was ich sehe? Das sehe? Nee. Nächsten Jump. Da reicht nicht. Ich hab keine Ahnung, wie ich den Punkt hier bekomme. Ich fliege immer so schön über das Ort. Alter. 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 Was ist los? Alter, der John White. Soll das gehen? Ganz knapp nicht. Oh, das gibt's doch nicht. Come on. Alter. So weit bin ich noch. An der Hausecke. Weißt du, kannst auch nicht drauf landen. Alter. Komm. Ist jetzt mal gut? Was mach ich da? Oh, ich lande auf dem Ventilator ganz hinten und flieg einfach komplett weg. Ich bin rausgesprungen, Titi. Ja, es fliegt wieder vorbei. Oder? Ja. Yes! Ich hab den Kackpunkt, ey. Bist jetzt gleich wieder bei mir. Keine Ahnung. Du musst ja erstmal die anderen wegnehmen. Ja, du musst jetzt auf die Straße direkt und dann bist Klaus schon bei mir. Erstmal muss ich hier auf das Dach, wo man mega nach unten muss und deswegen Selbstmode gehen. Ja! Hä, wie komm ich hin? Ja, war doch kein. Er beendet, dein Ernst? Ja. Hast du es beendet als erster, Freunde? Sein Ernst? Ja, Mann. Ich komm hier nicht weg, ne? Oh, das ist gut. Was machst du da? Da kommst du auf der Straße. Kannst du übrigens maximal 5 pflegen. Ich weiß. Ah, ja, 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 Freunde, wir sehen uns gleich bei der nächsten Map. Bis gleich. So, willkommen zurück. Nächste Map. The Loop. Und ihr wisst, was Tastix setzt Blut, ne? Also, ich weiß ja nicht. Ich hab zumindest mal Annäherungsminen voll gekauft. Aber, damit Mr. Atomic die nicht abkriegt, werde ich genau zielen. Das wird schon hart. Das ist erstmal ein Ab. Ja. Von Mr. Atomic hab ich runtergehauen. Was ist los? Noob, noob am Start oder was? Ex noob, noob. Lacka am Start hier. Noob. Noob. Wie nice ist das? Bist du Zweiter? Ja. Wärst du sogar, ne? Er lügt nicht, man. Du bist direkt hinter mir? Ja klar, bist du beide direkt hinter dir. Warum? Ich bin in diesem komischen, äh, Dings da. Spiralsunkel in irgendwas. Äh, übers, überschnell gefahren. Hab dadurch ihn überholt. Und hab den Schatten, ne? Da liegt was. Ah. Tschau. Jetzt hast du Atomic im Arsch. Ist mir egal. Wie konntest du denn so schnell fahren? Tja. Ich mein, ist ja egal. Ich hab so viel Vorsprung jetzt mit der Haftbombe. Alles easy. Ja, kann man wieder nicht mit Skill gewinnen, ne? Nicht mit Skill gewinnen. Wie ist das? Er heult halt wieder rum, Freunde. Ja, ich hab mit Skill gewonnen. Wo nicht? Wo hast du mit Skill gewonnen? Ja, ich hab keine Waffen benutzt. Das war daher. Mr. Atomic schafft's direkt, oder was du denn wollen? Ich nicht. Ja. First try. First, ja? Oh Gott. Okay. Second try? Nee, 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 nee. Warum ist Mr. Atomic hinter dir? Jetzt ist er vor mir. Warum lässt du ihm vorbei? Keine Absicht. Sorry. Noi. Ja, er blockt mich und dadurch fall ich runter. Sein Ernst? Was soll ich machen? Leute. Ciao. Leute, dein Ernst? Annäherungsminen? Ja. Dein fucking Ernst? Annäherungsminen? Jetzt wäre ich mich auch. sagt er dazu. Habe ich je eine Annäherungsmine geworfen? Schon viel zu oft. Gibt's da irgendwo Beweise zu? Ja. Aufnahme. Irgendwo ein Beweis. Oh, das ist geil. An die nächste Annäherungsmine. Meister, Atomic schießt auf mich und ich krieg die Annäherungsmine ab. Ich denk noch so. Okay, jetzt wirfst du nachbauen nach hinten. Easy. Muss auch mal sein. Schön skillig, Meister. Er kann nicht mit Skill gewinnen. Ja, und Mr. Atomic wird natürlich von der Annäherungsmine nicht getroffen. Ja, wo muss man? Ja, man muss hier oben drauf. Wie mies das gewesen wäre, wäre hier eine Annäherungsmine gewesen? Oh. Mr. Atomic noch mal ein bisschen. Hauptsache, hast dich's beendet schon. Easy. Easy sagt er. Warte ab. Wir hängen natürlich noch eine Map dran, Freunde, das sei ja schon mal gesagt. Und David Hastix richtig gut. Wir haben aber schon 15 Minuten, ne? Ist mir scheißegal. Gibt's halt mal Überlänge. Da freuen sich die Zuschauer. Das ist ja schön. Da freuen sich die Zuschauer. Der Patrick, der guckt eh immer gerne lange. Ich find das ganz so gut. Und wir sehen uns gleich bei der nächsten Map. Bis gleich. So, willkommen zurück. Nächste Map. Warwights Zentrace oder so. Zentrace. Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Wir nennen die Map einfach oben in Hastix Zerstörung. Skillrace, ja. Da lacht er tränkig. Ja, Skillrace. Er will mich drehen, er will mich drehen. Das ist halt Skill, ne? Das ist kein Skill. Klar, was soll das sonst sein? Können wir mal einen Relapse ändern, drehen wir sich da ständig? Nein. Ab und zu machen die Autos. Nein. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie viel ist. Tschoii. Eieieieiei. Ich mach euch mal da hinten ein bisschen Stress, weißte? Rolf. 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 Mr. Atomic und ich sind Best Buddies. Wir greifen uns nicht an. Nicht? Nö. Das ist ja schön. Oh. Er löst der Graf nämlich die Annäherungsmine aus und geht für die Wartigkeit. Für die Zweite. Echt? Ah, du Lacke. Ah, schön. Danke Mr. Atomic. Du Lacke. Nein. Schade, schade, schade. Boah, war die Assi kanziert, Alter. Da war noch eine noch mehr Assi. Aber die nimmt Mr. Atomic nicht. Oder? Man heißt es nicht. Nee, nee. Ich bin ausgewichen. Dann fährt er in die Annäherungsszene, man sieht schon. Ich bin ausgewichen in die Annäherungsszene. Ausgewichen? Ja. Was bist du denn für eine? Oh, geiler Wallride. Was ist das jetzt schon mit dem Wallride? Ich hab grad nicht so Standbilder. Rufbar. Jetzt kommen die Ausreden schon, weißt du? Einmal nicht erster, schon hat er Standbilder hier. Noch mal eine Annäherungsszene. Hä? Noch mal eine Annäherungsszene ausgewichen. Wo waren die? Äh, vor dem Wallride. Oh, Atomic schiebt mich an. Ei, 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 Freunde. Ich fall ganz easy vorne weg. Mehr als 20 Sekunden Vorsprung. Oh, oh, nicht zu weit fliegen. Gegner schon da, fragt man da auch gerne mal, ne? Aber ich sehe, er hat keinen Gegner hier. Hauptsache, er schießt auf mich. Das ist so richtig sinnlos. Ich hab echt was hier gemacht. Ich denk, ihr habt, äh, Frieden, oder so? Ja, das war ich eher bloß noch nicht. Schon wieder Standbilder. Hast du? astiks hat Standbilder. Zum Glück ist das eh die letzte Map für heute. Und ich fahr souverän gleich ins Ziel, neun Checkpoints noch. Dann werde ich meinen Sieg dann krönen. Und meinen Sieg dann krönen, sagt man das auch? Nein, oder? Kann sein, keine Ahnung, ist mir egal. Meinen Sieg werde ich dann feiern, auf jeden Fall. Der Champagner steht schon kalt. Eigentlich steht er gar nicht kalt, er ist stick warm. Vielleicht sollte ich den mal kalt stellen. Ich habe echt noch eine Flasche Champagner schon seit einem Jahr oder so. Richtig. Ich wollte ihn eigentlich mal trinken, als ich die F1-Saison gewonnen habe. Nur leider habe ich keine gewonnen. Weder bei Gaming Ninjas noch, bei meinem eigenen F1-Freund. Ah ja, Freunde, dafür gewinne ich halt in GTA. Easy peasy lemons easy. Wo ist die Babtastic? Wer schafft das überhaupt im Ziel? Man weiß es nicht. Mr. Atomic überholt dich bestimmt noch. Ah ja, gerade so geschafft, weißt du. Mr. Atomic war ganz knapp hinter dir, muss man sagen. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, Freunde, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpasst, dann wollt ihr ein Abo. Schaut auch bei Hastix vorbei und bei meinen anderen Videos. Ich habe wieder ein neues Projekt. Sniper Ghost, welbe ja drei. Interessiert keiner. Da haben wir einen Husten wieder. Doch, das interessiert viele. Von daher, bis dahin oder dahin. Und ciao. Ciao.